Habt ihr Mut zur Veränderung? Zeigt uns eure Ideen und bewerbt euch beim Filmpreis Goldene Gans. Egal ob Kita, Schulklasse, Kinder- und Jugendgruppe oder Freunde. Wir sind gespannt auf eure Einsendungen. Einfach jetzt euren Kurzfilm einreichen und mitmachen. Einsendeschluss ist der 12. Mai 2017. Mehr Infos zur Teilnahme und zu den Preisen gibt's unter www.goldene-gans-filmpreis.de